so hallo wir machen weiter bei super mario maker und ich habe das letzte mal gesagt wir gucken uns ein bisschen die level von rasierer an und ich habe mir gedacht da es ja eine super welt ist könnten wir es auch gleich als super welt spielen die frage ist jetzt nur spiele ich dann level die ich schon kenne oder ist die super welt komplett neu deswegen jetzt mal gucken wo die anfängt ob ich da level schon vorher gespielt habe davon oder nicht guck mal hier nämlich der lost levels 2 w11 haben wir nicht gespielt das heißt ich könnte komplett smb der lost levels spielen das haben wir auch alles nicht gespielt das hier habe ich dann okay das habe ich nur gespielt ok passt auf dann machen wir jetzt mal folgendes wir gehen mal hier durch die level so ein bisschen durch gucken ob das irgendwie machbar ist für uns und und dann würde ich die super welt starten machen wir das mal probieren wir das mal aus also entfernung disk gavdere wait what wait what aber in fernum ist doch war das nicht der heck von sariel ja das war der heck von sariel ich erinnere mich ich erinnere mich er hat dieses level nachgeba er hat dieses level nach dass das werde ich nicht oh mein gott was er hat einfach level von sariel nachgebaut ich werde nicht mehr aber es muss ja trotzdem anders sein weil du kannst ja hier nicht die sachen macht die der smb machen kannst wie zum beispiel die shell mitnehmen wie soll ich jetzt das geht nicht ich kann die schelle ja nicht mit hoch nehmen okay wie haben wir uns das vorgestellt war da oben nicht ein secret exit eigentlich mal ich erinnere mich gerade an so viele dinge da ja da oben geht es hoch aber geht es da oder kommt man okay warte 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 kommt man da immer noch hin scheiße ja so nicht ja so nicht aber dann sind da wahrscheinlich nur die leben und nicht der secret exit logischerweise als keine reine exit geben nein manno Okay, wir haben mal wieder den Pilz Das ist doch schon mal was Dann komm ich auch wieder in die Shell ran Ach warte, ich kann die doch auch hochwerfen Ja, ja, klar Oh nee, oh nee Komm ich da noch ran? Please Okay, ich hab einen versucht, die hochzuwerfen Danach liegt die ungünstig Oh, manno Nooo Okay Also Yes Okay, what now, what now Ich lass die mal hier liegen So Jetzt kann ich da doch drüber laufen White Nein Scheiße Das war scheiße Okay, ich muss dann unbedingt sofort wieder stoppen Sobald ich die Blume habe, muss ich stoppen Und dann die Shell erwischen Eieieiei, das wird, oh, das wird gruselig Oh, das wird richtig gruselig yearning Und das war schon mal, durch dieupa geht Oh, das wird gut wieder klein, dieisf hat man schnell spüre, oh yo Okay, 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 okay. Ähm. Warte. What? Wieso? Die Bälle tun nicht, was sie sollen. Oh, ich protestiere hart. Ich hätte wahrscheinlich mit einem Sprung das gleich machen sollen. Scheiße. Okay, wir versuchen es anders. Aber das Problem wird jetzt folgendes sein. Oh nein, das geht nicht. Ja, was ich vor... Also, ich wollte jetzt hier hin, aber ich brauche ja die Shell dann da drüben als... Oh Gott, ich muss da einen Shell-Jump machen. Das ist um mich veralbern. Und auch noch einen richtig gruseligen. Wo ich die Shell verliere, wenn ich es versaue. Das wird nix. Ich probiere es noch einmal, aber das wird nix. Ach man. Nein. Schlecht. Schlecht. Stopp. Okay. Besser. Das reicht? Ne. Oh, ne. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Egal. Klicke ich jetzt nicht hin aktuell. Klicke ich aktuell nicht hin. Ich habe überlegt... Also, ich wollte eigentlich halt, dass der Goomba verschwindet. Und dann kann ja der Stachy da weiterlaufen. Na, und dann könnte ich dann mit dem Spinshub drüber gehen. Aber dass der Goomba verschwindet, dafür muss ich einen Feuerball da hinschießen können. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Benni hat es geschafft. Also, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht. Christmas Dream. Ja, ihr könnt mir gar nix. Oh, hätte ich da hochgemusst. Ich hätte doch da bestimmt hochgemusst. Yikes. Okay. Okay, ich glaube, das ist ein einfacheres Level. Offensichtlich. Ja, wow. Das war jetzt nicht so gut. Kommt ihr wieder? Müsst ihr eigentlich? Oder kann ich die wieder irgendwie her zaubern? Ah, sehr gut. Junge. Nee. Okay. Doc. Oh, äh, das war jetzt vielleicht nicht so gut. What? Äh, okay. Äh, was? Okay. Okay, da ist ein One, aber wenn ich dahinter gehe, dann komme ich nicht mehr hoch. Das lassen wir aber schön bleiben. Okay. Hui. Plopp. Okay, wie ich den da oben auslöse? Ach so. Äh, Hilfe? Ah, wait. Der kommt runter. Der kommt runter. Alles gut. Alles gut. So soll's sein. Okay, wie komme ich halt die Dinger ran? Ach so. Na, komm hier. Sehr schön. Okay, aber jetzt fehlt mir noch eine. Wo kommt die denn jetzt her? Ach, hier kommt die her. Nice. Oh, muss ich die Feuerblume noch haben? Oh, ich hab die Feuerblume nicht mehr. Okay. Aber ich brauch sie scheinbar nicht. Immerhin. Ja, okay. Hab die Feuerblume leider nicht mehr gehabt. Da wäre wahrscheinlich dann das versteckte Zeug gewesen. Ich will eine Sache kurz probieren. Eine Sache will ich kurz probieren. Und zwar möchte ich einmal auf den... Mit dem großen Pokey hier hoch. Ach, Mann. Kommt der wieder, wenn ich den jetzt nicht zerstöre? Kommt der wieder? Ja, der Gegner kommt auch wieder. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Yes. Yes. So, ist hier oben was? Okay, eine Münze. Na, immerhin. Ach, stimmt. Rasierer hat doch immer diese versteckten Dinger gemacht, ne? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir haben davon ja nur eines jetzt gefunden. Oha. Okay, da oben ist eine Wolke. Komme ich da auch irgendwie hoch? Okay. Ich glaube nicht. Ha. Oh way, the moment. Da ist ein Springboard. Ah, okay. Da könnte man vielleicht mit dem Springboard dann da hoch. Ja, ist okay. Müssen wir jetzt nicht suchen. Wir wollen ja ein bisschen mehr Level sehen. Oh, Christmas. Oh, Dream und Hell. Oh je. Hat noch niemand geschafft? Oh je. Ich werde keine Chance haben. Ich werde keine Chance haben. Oh, ist das das gleiche Level, nur in Fies? Jetzt mit Stacheln? Oh ne, okay. Ich muss safe jetzt da hoch. Safe ist da oben eins der One-Ups. Nee, es ist pleite hin, nur ne Münze. Okay, 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 okay. Also man muss nach wie vor da nicht hoch. Okay, interessant. Das Springboard ist immer noch? Okay, hier ist kein Springboard mehr. Also darf man es hier gar nicht mehr nutzen. Na, dann hoffe ich, dass ich da nicht hoch muss in irgendeiner Form. Ach, jetzt gibt es ja auch kein Checkpoint. Oh, das ist ja frech. Ah, das ist ja frech. Aber es gibt natürlich... Oh, was? Jetzt ist ja auch keine Plattform mehr, die hochfährt. Das haut mich zurück. Oh Gott, okay. Oh Gott, das ist... Oh, ist das... Oh, nee. Nee, ohne Checkpoint, nein. Nein, 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 nein. Das lassen wir sein. Ich weiß, warum das nicht abgeschlossen ist. Vor allem, ich will gar nicht wissen, was da noch alles Gemeines kommt, bei den Sachen, die wir gerade schon gesehen haben. Nee, I'm sorry. Ich glaube nicht, dass das für mich machbar ist. Können wir... Okay, wir können das Ende sehen. Wir können das Ende einmal gerade angucken. Oha, die Münzen sind auch ganz komisch verteilt irgendwie. Aber der... Okay. Ja, also man sieht schon, dass es anders ist, ne? Wie komme ich zurück? Hallo? Okay. Silvester Special, let's go. Das sollte doch jetzt machbar sein. Oh, 365 Münzen. Eieiei. Aber vielleicht gibt's auch einfach ganz viele. Oha. Muss ich alle oder... Okay, mindestens. Die Frage ist halt, wie viele so hier auftauchen. Oh, shit. Ja, okay. Ja, Alter. Ja, Mist. Da brauch ich noch viel mehr. Ja. Ja, das sind ja aber doch dann fast alle, oder? Ja, das sind ja doch fast alle. Okay, 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 okay. Also, dann von Anfang an alle mitnehmen. Nein, Mist. Okay. 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 Yay. Yay. Ja, und weil er da hinten Münzen gesetzt hat, konnte er nicht alle machen. Hab's verstanden. Okay. Oha. So viel dazu. Aber die Bonus-Challenge habe ich trotzdem nicht. Ich habe den Weltrekord, aber nicht die Bonus-Challenge, dass er nämlich 45 Sekunden schaffen soll. Ja gut. Muss ja auch nicht sein. Oha, ein einziger hat's geschafft. B-Tiki-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Das wird dann nix. Aber wir gucken mal rein. Wir gucken mal vorsichtig rein. Ja genau, wahrscheinlich. Äh. Äh. Okay. Ja, da hört's doch schon auf. Ich darf doch schon hier nicht springen. Hä? Also wie soll man denn... Äh, okay, what? Egal. So, und jetzt? Ja, wo muss ich denn hin? Ja, what? Hä? Oh, scheiße. Oh, wait, da waren die Dings, ne? Ah, scheiße. Aber wie mache ich das denn am blödsten? Ich muss noch mal abspringen, ich muss noch mal abspringen. Ja. Ja, und dann irgendwie da rüber, aber... Ei, ei, ei. Na, oh. Nicht so. Muss da irgendwie rüber twirlen. Ah, ich komme da nicht rein. Egal, egal. Wir lassen das, wir lassen das, wir lassen das. Wir starten lieber noch die Superwelt. Weil dann, ne, starten wir hier SMB The Lost Levels. Und das geht ja bis... 3, 4, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind halt wirklich... Das sind halt wirklich 8 Welten. Ja, let's go. Da würde ich sagen, wir starten das mal und können ja gucken, wie es uns gefällt. Äh, wie starte ich denn jetzt die Superwelt? Äh... Ähm... So, ne? Yes! Super Rasierer World LP. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. SMB The Lost Levels 2. W 1, 1. Oh Gott. Ahai. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, da kann ich nicht rein. Da wäre ich vielleicht rausgekommen von irgendwo. Okay. Ja, das... Äh... Wenn das wirklich so gemacht hat, wie das Original SMB, dann sollten es ja auch relativ kurz zu Levels sein. Die sich halt mit der Schwierigkeit dann immer steigern. Okay. Count me in. Wir haben jetzt von der Zeit her 24, ne? Ja, okay. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Leben versteckt. Nein, okay. Okay, ich kann doch nur hier rein. Kein Power-Up. Schade. Auch nicht hier. Auch nicht hier. Okay. Dann muss ich damit leben. Okay. Okay. Aber es fühlt sich auf jeden Fall wie das Original an. Das ist schon ganz cool gemacht. Ah, ich hatte Bedenken. Hat funktioniert. Ja, diese knappen Sprünge immer. Okay. Und Ziel, 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 Ziel. Nice. Aber ich darf nicht mal die Fahnenstange erwischen. Gib mir doch Leben. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, ohne Game Over zu gehen. Bin sehr gespannt, ob ich es schaffe, ohne Game Over zu gehen. So. Eins, drei. Eins, drei. Oh, kein Power-Up. Na gut. Oh Gott. Was ist das jetzt für ein Sprung hier? Oh mein Gott. Okay. Und hopp. Okay. Ja, jetzt sehe ich halt nix. Das ist jetzt schwierig. Ich sehe... Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Oh lol. Okay. Muss ich da drüber springen? Oh je. Ja, geh weg. Okay, das verspricht schwierig zu werden in der Welt 8. Wir sind gerade mal in Welt 1. Okay. Wenn das schon das Ende von 1,3 ist. Oh je. Das wird heftig. Mal gucken, wie weit ich komme. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin echt gespannt. Okay, let's go. 1,4. 1,4. Okay, immer mal wieder ein Power-Up. Oh, das kann auch richtig... Ah, nein. Das kann auch richtig heftig werden noch hier. Nein, das war die falsche Richtung. Das hätten mir bestimmt ein Leben gegeben. Ja. Ja, das hätten... Ah, das hätte schön Leben gegeben. Schade. Oh Gott, was? Ja. Was für Sprünge erwartest du von mir? Hilfe. Okay. Yo, yo. Oh ne. Ja, geh weiter nach hinten. Komm. Mach einen Abflug. Och ne. Nein. Och, es war so klar. Och ne, unter dem... Ich muss da groß hin. Ich komme unter dem nicht durch. Okay. Ja, wait, aber das... Oh, ne. Wie soll ich denn da groß hin kommen? Ihhh. Nein. Habe immerhin Leben mitgenommen. Ha. Gott, dieser Sprung, ey. Ja, das kritische ist ja jetzt echt, also... Oh, ne. Okay. Oh mein Gott. Und das darf ich bei jedem Bowser machen am Ende. Ach Gott, ach Gott. Okay. Welt 1 von Rassierer geschafft. 1 von 8. Hehehe. Ah. 2, 1. Ich hoffe, er hat keine Wasserlevel eingebaut. Aber ich fürchte schon. Er hat erstmal ein Brückenlevel. Oh ne. Oh nice. Oh, nicht so nice. Oh ne. Ja, es ist okay. Oh. Da kann man bestimmt irgendwie rein. Aber will ich das ausprobieren? Hm. Ja. Nice. Wait, aber jetzt muss ich dann den selben Weg wieder zurück... Uuuh. Okay, das war schlecht. Das war richtig bad von mir. Dann gehen wir da nicht mehr rein. Bitte keine... Nein! Oha, das war schon. Okay. Ja, immerhin geschafft, aber Leben verloren. Schlecht. Leben verloren. Nur noch zwei. Ah. Okay, wenn wir das nächste Level schaffen, bekommen wir ein Lebenhaus. Mal schauen, was da los ist. 2, 2. Ah, schade. Ach, ne. Ach, ne. Ah, löscht dich mit dem Quatsch da oben. Oh mein Gott, ja. Na. Okay, das ist kurz, aber kritisch. Okay, das ist kurz, aber kritisch. Nein! Ach, scheiße. Ja, das war's. Okay, ich wäre also bis 2, 2 gekommen. Na gut. Ich wäre bis 2, 2 gekommen. Nee, oh Gott. Bruder. Ach, yes. Ach, schade. Ein Leben mehr hätte ich noch gebraucht, dann wäre ich noch nicht Game Over gewesen, zumindest. Dann wäre ich noch nicht Game Over gewesen. So, wie viel Leben hätte ich denn bekommen? Oh, Bruder. Ach, Bruder. Ah, okay. Wahrscheinlich gar keins, ne? Ja, nice. Okay. 3, 2. Äh, 2, 3. Okay. Oh, mit Wind, Hilfe. Äh, okay. Äh, was? Äh, wie soll ich... Okay, wie... Hä? Äh, an dem komme ich nicht vorbei. Kann ich in die Röhre rein? Nein. Ähm, wie soll ich... Kann ich da drüber springen? Ich muss ja drüber springen können. Äh, ist das nicht zu hoch? Da kommt mir viel zu hoch vor. Oh mein Gott, das geht. Sick. Ach Gott, was? Ach Gott, was? Ich glaube, hier ist die Fahnenstange für mich erreicht. Oh Gott, was ist das denn für Springboard-Sprünge? Yo. Wo soll ich jetzt hin? Äh, da... Okay, okay, darüber. Ja, okay, es würde schon noch gehen. Es würde schon noch gehen. Aber ich glaube, ähm, wir spielen die Level einfach einzeln. Ohne Superwelt, weil ich gehe eh Game Over. Dann ist es eh Quatsch. Na? Und dann haben wir nicht die ganze Zeit die, ähm... Dann haben wir nicht die ganze Zeit die Animation dazwischen. Dann wissen wir, wir sind bis 2, 4 gekommen. Äh, 2, 3. Und haben 2, 3 noch nicht geschafft. Und müssen hier weiter... Weiter machen. Danke fürs Zuschauen. Ähm, und...